Ja, hallo, willkommen, mein Name ist LanigoLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms Forts Unterbelagerung. In der letzten Folge haben wir den Aufstieg, Niedergang und Aufstieg des Wunders gemacht und jetzt machen wir Aufstieg, Niedergang, Aufstieg und so weiter, was auch immer. Ja, nachdem er das Land hinter sich vereint hatte, setzt der Kaiser jetzt mit ihrer tatkräftigen Hilfe zum letzten Angefahren. Er will den Masonsflotte der Mongolen endgültig in die Flucht schlagen. Der Erfolg dieses Unterfanges würde ihn und den Kaiser einen glorreichen Sieg bescheren und Japan aus dem bösen Clown der Mongolen erretten. Hoffen wir, dass sie den Sieg erringen. Ich hoffe wirklich, dass das eine stinknormale Mission ist, wo ich einfach alles kalt machen muss und nicht irgendwie ein Wunder bauen muss und irgendwie sowas, wo ich dann an der falschen Pille, ähm, in der falschen Fläche platziere und dann wieder alles von neu machen muss. Komm schon, der Schlacht kommt schon. Das ist die letzte Schlacht, jawoll. Klingt viel versprechend, wie das TNT. Da sind schon wieder Sachen aufgetaucht. Okay, kann ich mir alles schnappen wahrscheinlich. Aber das sind so viele. Ach was. Und wir sind nur so wenige. Ja, aber wir sind Qualität. Wenn wir einen einzigen Wurm verlieren, kannst du uns das den Sieg. Was? Das ist eine beängstigende Aufgabe, doch sie haben keine Furcht. Ich muss euch nochmal in meiner Aufnahme gucken. Wir haben ja ein paar Gebäude. Ist das eine Zitadelle? Ein paar Waffen. Und Balken. Die können wir einsetzen, um unsere Streitkräfte zu schützen. Ich meine jetzt nicht echt jeden hier... Oh, das ist doch... Der Kaiser erwartet, dass jeder Wurm seine Pflicht erfüllt. Viel Glück, sie werden das brauchen. Ja, habe ich auch das Gefühl. Ich wüsste in der Mongols, ja schön, sie müssen alle gegnerischen Würmer töten. Okay, es steht irgendwie nichts von, dass ich keinen verlieren darf. Das sind viele. Boah, ich habe so geile Waffen, aber... Was kann ich denn hier vernichten, damit die schon was verlieren? Das zum Beispiel. Ich kann auf die Festung losgehen. Das würde, glaube ich, schon ein bisschen gut sein. Aber ich mache mal irgendwie die Dinge da fällig. Den Berg, die Burg oder was auch immer das ist. Und den Typen, gleich mit BAMS, geht sogar mit einem Schlag weg. Und Gold Eggman, was? Und den Bergfried war das. Sehr schön, einer schon mal erledigt. Und Bergfried dazu, 1, 2, 3, 4, 5, so schlimm ist das gar nicht. Boah, ich baue nie noch einen. Aber dergleichen habe ich auch einen. Und so baue ich eigentlich ein. Ich habe einen verdammten... Ich habe eine verdammte Zitalin. Ja, ich habe alles einfach nur... Just for lolz. Einfach nur so alles kaputt ballern. Aber man, jetzt tun wir auch dicke Geschütze auspacken. Die treffen wahrscheinlich, ne? Die treffen sowas von... Ich gehe jetzt voll auf meine Festung, oder meine Zitale, um mein Turm und... Oder meine Firma. Du Pisser! Ja, okay. Das ist eigentlich ein gutes Ziel gewesen, weil... Ich habe schon... Jetzt die Teile, was soll ich mit dem Turm? Die sind eigentlich nur hier... Ziele für meine... Um mich zu beschützen. So, ich könnte mal versuchen, da irgendwas zu holen, kann ich nicht. Was? Ich habe kein Jetpack. So, wie du hast... Ich habe gehört, du hast einen Bergfried. So, ne, ne, ne. Überhaupt eine Idee. Super schön. Und weg ist er. Ich hoffe, der eine fliegt irgendwie ins Wasser oder so. Verdammt. Okay, fast. Ich habe einen Luftangriff oder so. Ja, irgendwie vernichten wir die. Sehr schön. So muss das auch sein. Ich will die ganzen Waffenkisten haben, aber... Wie soll ich denn da hinkommen? Das weiß ich. Ich glaube, ich mache das mal. Ja, der... Ich weiß nicht, der Chilter. Komme ich da mit einem Doppelsprung hin? Oder mit einem... Ja, ihr wisst schon. Ja, Doppelsprung. Ja, der hat keinen Bock. Na gut. So, wir müssen alle gegnerischen Würmer töten. Ja. Boah, die Festung zerstört. Kostet doch schon wieder so viel Zeit. Ja, ich habe einen Bergfried, wo ich nicht zittertelle ab und alles wegkauen kann damit. Hm, die Dinger habe ich geil. Ja, toll, da habe ich noch nie im Leben. Was haben die doch geplant, Mann. So, mit meinen Dingen kann ich ein paar, glaube ich, wegkauen. Jetzt habe ich natürlich voll wenig von denen. Weitere Richtung. Ja, super. Okay, Brian, mach was. Ich stehe da nicht doof rum. Der wartet jetzt auch, macht nix, ne? Was sind dann für Mongolen, ey? Wie gesagt, ich bin, okay, wie gesagt, in der letzten Folge. Bin jetzt zwar nicht so in Geschichte, oh, der bewegt sich. Jetzt nicht mehr. In der Geschichte bin ich jetzt nicht so ein Experte, aber ich glaube, die Mongolen, die waren doch eine gefährlichere Bedrohung für Japan, China. Die chinesische Maus hat auch gebaut werden, um die Mongolen nachzuwerden, ne? Fache ich mich echt, wie schnell die haben die geschafft, ey. Was machen? Ach. Oh, zack. Ich könnte da echt mit einer Bazooka runtergehen und die alle wegpusten, habe ich so das Gefühl. Ich habe zwölf alte Ommas, das ist sehr gut. Ich glaube, ich den treffe. Ne. Ich den treffe. Oh, man. Was ist denn jetzt auf einmal los? Ich geh mal mit jemanden da runter. Verdammt. Oh, der macht es schnell. Äh, wahrscheinlich auch mein Turm, ne? Ich habe nur gewartet, dass ich einen Turmbau, wahrscheinlich. Also, wenn ich das jetzt nicht in dem Part schaffen, ne? Nein, du Pisser, das ist mein Ding, Zweck. Ich blute. Ihr Pisser. Ich kann ja nichts bauen, wenn die ganze Zeit mich zu bahn. Oh. Boah. Aber das ist ein Dart. Ich komme euch jetzt da runter, habe davon. Wer sich verarschen? Ich mache Doppelsprünge, da tue ich höre. Ach, ach. Ich bin da runter, habe ich nicht umverletzt zu werden. Super. Da ist schon wieder so eine nervige Mission. Ich bringe da rein. Ja, okay. Und ein paar so kraus. Was ist voll drauf? Ich bin da oben die Waffe. Ja. Boah,ional Tou encouraging. Och, er ist da dabei. Ich habe wieder OPин heard. Ich bin schon im letzten Gefecht dauernd auf Pingpong losgegangen. Hör doch mal auf. Letztes. Wirst du also? Er hat mal jetzt. Der lange Kratzt, glaube ich. Spinner. Ich könnte einfach mal so runterbekommen. Hoffentlich treffe ich Spaß. einer hat den getroffen sehr gut er ist gesungen wie die titanik sehr gut weil ein ding hat den getroffen sehr schön kommt einmal neue wenn sich verarschen wird es darunter fallen müssen leck mich die schieden irgendwie war unter mal ein später werfen wir sagen ich da unterkommen soll da ewig bis die festung kaputt kriege auch mal auch mal die solchen daten machen ihr habt sie doch immer alle aber gar nicht haben wir antonen bau in dem sie wegfließen können ich irgendwo ein fallschirm wollte schon sagen jetzt mal gucken wie ich da hinkomme wir sind ja weiß ich nicht das zwischen ihnen schmerz geiles wert das war es auf jeden fall werden aber nein nein auch damit ich glaube ich habe es meinen schalen aus gott oder borne ich habe hier verloren ich darf ich keinen freien lassen legt mich direkt naja würde ich sagen ich bleibe dem partner hier auch in der sehr kurz ist und dann versuchen wir es in der nächsten folge noch mal